Alle Leute hier ist ein Video zum versprochenen Download der Let's Build Welt ja vielleicht habt ihr das vorherige Video schon gesehen das war ein richtiger Fail weil der Jan die falsche Welt hochgeladen hat die ist auch schön die könnte auch downloaden aber jetzt nicht mehr ich hab's Video gelöscht ja der war jetzt ist die richtige und um ja viel Spaß beim downloaden der Link kommt dann in die Beschreibung schlüpst